Herzlich Willkommen zu einem neuen Feuer. Let's play. Larkwaff. Tempel of Osiris. Und weiter geht's. Hier kann ich die Warte zerstören. So ist die Frage jetzt. Wie geht's hier weiter? Ich hätte eine Idee. Und jetzt mal hier drüber. So jetzt sind wir hier oben. Und bam. So das klappt schon mal. So jetzt muss ich nochmal hier hoch. Jetzt muss ich nochmal die Bombe aktivieren. Und jetzt wieder hier drüber. Und jetzt müssen wir es schaffen. Bam. Tatsächlich. Wir sind drüben. Und jetzt können wir mit unserer Facke es anzünden. Bam. Sehr gut. Und jetzt hier drüber. Ja. Die Stufe. So. Bisschen ab dem Facke. Und das LED auf jeden Fall speichert. Boah. Damit rechne ich nie. Oh je. Boah. Da kann man sich ja ganz leicht erschrecken. Okay. Das wird hier jetzt auch ein bisschen knifflig wieder. Den Schacht. Ah okay. Ich weiß jetzt was gemeint ist. Hier sind ja wahrscheinlich noch die Kreaturen. Ah die lassen wir jetzt mal. Boah. So bisschen Diamanten wieder. Wegnehmen. Bam. Sehr gut. So wir kommen jetzt weiter. Ja klar. Jetzt komme ich ein bisschen mit. So jetzt aber. So komm her. So es funktioniert. Yeah. So yeah. Da funktioniert es auf jeden Fall. So wie kann ich jetzt das andere helfen. Dass es brennt. Also da brennt es jetzt. Und jetzt muss ich in die andere Richtung. Ja dann funktioniert es auch. Klar. So gefällt mir das auch Lara. Da gebe ich dir mal recht. So dann muss ich noch hier hochkommen. Ja. Maximale Gesundheit. Erhöht. Hilft auch meistens. So ein bisschen Diamanten wieder einsammeln. Habe ich jetzt so was bekommen. Oh hier speichert wieder. Das gefällt mir schon mal nicht. Ich kann es aber nicht sagen warum. So das muss ich jetzt wieder mal ein Rätseln. Ich muss ehrlich gestern. Ich hasse Rätsel. Aber. Irgendwie. Kann es aber auch Spaß machen. Ich mag mir so kleine Rätsel. Nicht so große. Ich habe Kanopen. Genau so heißen die. So wie es sind Diamanten wieder. Und in Wasser wieder. Sind da wieder die Krokodile. Ah ok. Da können wir wieder was machen. Ich weiß nicht wieso. Das mir jetzt nützen soll. Das sind eigentlich überall Schätze. Aber da ist noch jemand. Den darf ich nicht ins Stich lassen. Ist irgendwie sehr wichtig. So jetzt ist die Frage. Wie komme ich jetzt viel da drüber. Hier kann ich noch ein bisschen anzünden. Ah ok. Ja wie mache ich das jetzt wieder. Weil ich darf ja nicht nass werden. Bäm. Bäm. Genau. Ähm. Nein. Ist jetzt nicht eure Hand zu da. Bäm. Wo. Doofen Käfer wieder. Komm her du Krokodil. Krokodil. Bäm. So kaputt ist der Marienkäfer. Das Blaue ist in unserer Munition kann man sagen. So weiter geht es mit hier. Bäm. Und hier geht dann das dritte auf. Es lädt wieder. Ja war mir klar. Ja spring jetzt Wasser. Hast ja recht. Aber den muss man jetzt erledigen. Bäm. Komm her. Bäm. Boah es wird mir jetzt ein bisschen zu viel. Komm schön rein. Und tschüss. Hier noch. Bäm. Wenn es so weiter geht. Dann streiten wir uns. Bäm. Habe ich jetzt alles kaputt gemacht oder? Hier ist noch einer. So der ist rot. Nein. Der blöde Skelett. Verzieh dich. Ja wir haben Diamanten. Wir haben Diamanten. Das ist noch mal einer. Ich glaube die kommen immer wieder. Kann es sein. Komm einfach mal hier. Du. So der ist schnell tot. Da kommt noch einer. Zack. Weg. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir müssen jetzt hier durch. Bäm. Nein. Und den soll ich jetzt bekämpfen oder wie? Boah. Zack. Boah. Komm rein. Bäm. Bäm. Oh mein Leben. Kannst du keine Ruhe geben? Nein jetzt. Wir sitzen ja ernst. Komm, stirb Skelett. Mist bin gleich tot. Und gibt es noch Leben? Da hinten. Boah. Dann gibt es eben. Boah. Das war jetzt bitte nötig. Bäm. Verschwinde, du blöde Skelett. Oh, tot ist er. Oh, das könnte ein bisschen noch schwierig werden. Nein, das war das falsche. Jetzt kommt. Bäm. Boah. Gott sei Dank haben wir das jetzt auch geschafft. War ein bisschen knifflig. Das muss man echt sagen. Aber. Wir haben es geschafft. Und das zählt. So ein bisschen Leben wäre nicht schlecht, wenn wir das jetzt noch finden würden. Boah. Die haben irgendwas mit dem Wasser gemacht. Ja, ja, stimmt. Die Gase. Die tun uns nicht gut. Boah.